Ich darf wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge South Park, die rektakulärte Reisprobe. Wir werden heute die Herausforderung versuchen zu meistern, die ich am meisten hasse. Und da ist der schwere Geschütze. Das war da, wo alle Bots zusammen... äh, alle. Wo die größten Bots zusammengetroffen sind. Und wo wir schon auf normal die Erkenntnisse gesagt haben. Selbst da weiß ich nicht, wie wir es gemacht haben. So. Ich glaube, wir müssen so anfangen. So. Einmal. So. Ich hoffe, das war zu richtig. Äh. So. 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 Oh nein. Ja war klar, heil wieder alle hoch. So, Randy rücker da hinten. Aber da hoch, der kracht. Er ruschte einfach durch. Gut, das geht aber. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir haben Verluste sammeln! Ein Sturm zieht auf! Donnerskatz! Da kitzeln die Plomben! Ah komm! Jetzt krieg ich Bier doch! Ja! Scheiße, du bist verwundbar! Die Pflicht ruft! 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 Ach, du brauchst mich hier! Nein, ich kann jetzt tanken. Okay. Hilfe für die Gerechtigkeit! Sehr gut! Neeeeeeeein! Man, ich hab jetzt Stress, du will immer was. Ich brauch dich noch, komm! Sind 250 ausreichend? Ich weiß es nicht. Ich sollte mich eigentlich noch ein Stück zurückziehen. Nein, 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 gar nicht gut. Das ist gar nicht so. Okay, greift es irgendwann. Bitte entschuldigt, Captain, der Bede, während er mit seinem Wirkkreis kämpft. Ähm. Ah, ich hätte probieren sollen. Nein! Nein! So steht ich mir eigentlich wieder da noch. Ja, umschuldigung, der Bede. Gibt er nicht! Wir haben wohl den Arschvalu, also wollen wir bloß tun! Wollen wir jetzt die gehen? Es gibt keinen Entkommen vor Captain Diabetes! Ja! Noch mal wieder blühen! Komm hoch! Ja, er ist weg! Sehr schön! Ja, der war am kleinsten, der ist weg! Nein, 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 nein! Komm! Weg da! Gibt's noch mehr von der Arschelin? Gibt's noch mehr von der Arschelin? Ja, komm! Komm! Boah, das ging nicht aus wie Spice, ne! Bei dem man einen Angriff! Vorsicht! Ähm. Machen wir einfach so, ne! Wir schaffen das, wir schaffen das! Dämonen zu antworten! Riesel! Groseliger Scheißwunderarsch, hä?! Mysterion, pass auf! Zu spät, Alter! Saft, gib mir Kraft! Ihr wählt es, regelt das! Hiebe im Namen der Gerechtigkeit! Kein Wunder, Arsch! Der Käpt'n kapituliert? Ernsthaft? Der Käpt'n kapituliert? Der Käpt'n kapituliert! Wie geht's der Käpt'n? Deine Räuner, das geht! Der Käpt'n kapituliert? Oh Gott, der Neuen hat's erwischt! Whoa! Oh Gott, der Neuen hat's erwischt! Oh Gott, der Neuen hat's erwischt! Oh Gott, der Neuen hat's erwischt! Meine nicht um deine Feinde, sie sind echte Arschlöcher! Du bist die Hand des Schicksals, Neuer! Es ist soweit! Oh Gott, der Neuen hat's erwischt! 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 Oh Gott, der Neuen hat's erwischt!